Hey, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge of Minecraft, in der wir heute Erze zu Flüssigkeiten schmelzen werden, in diesen baden werden und damit super, also naja, nicht superkräfte, aber es werden sehr, sehr krasse Sachen passieren, bei Eisen passiert, das bei Diamant passiert, das bei Smarag passiert, das und so weiter. Mit dabei ist es aus, Moinski. 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 Erstmal was zu essen. So, dem ist immer das Erste. Ich glaube, das ist auch ganz so. Automatische Sprenger. So, dann lasst ein Like, wenn euch die Folge gefällt, würde ich mich sehr freuen. Ich freue mich auch an dieser Stelle über ein Abonnement und mehr... Ich mich über ein Franzbrötchen. Ja. Franzbrötchen, das sind diese großen, ne? Oder? Franzbrötchen sind solche Zimtblätterteig-Dinger. Die gibt es aber voll oft in Hamburg. Kenn ich gar nicht. Na, wir suchen Erze, Elina. Wir brauchen alles. Jedes Erz, was es gibt. Wir brauchen Redstone, wir brauchen Kohle, Lapis, Gold, Eisen, Diamants, Maragd. Das brauchen wir alles. Kapito. Hier ist auf jeden Fall eine Höhle. Da kann man direkt schon mal hin chillen. Hier ist Holz. Kohle, Kohle, Kohle. Nice. Aber wir brauchen Eisen erstmal. Wir brauchen ja Eimer. Ups. Eisengohle? Ist der vielleicht da? Hallo? Sind Sie da? Ja, ja. Immer kleben wir den Eisengohle. Lass dir nochmal leben, den armen Atzen. Hä, das hast du mir beigebracht. Du hast mich zu einem Monster gemacht. Händermann, lass mich bitte in Ruhe. So, man braucht, ich glaube, zwei Erz, glaube ich, um das zu craften. Bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. Eisen, Eisen, Eisen. Ich habe Eisen. Gönnen. Fünf, dann kann ich direkt Eimer. Und drei. Das sind fünf. Jawohl. Man muss aber Glück haben beim Minecraft-Spielen. So, jetzt brauchen wir Stein. Dann können wir den Ofen machen. Dann können wir das Eisen. Da haben wir noch mehr Eisen. Dann kann ich dir vielleicht sogar eine Eisenflüssigkeit machen. Also ein Eiseneimer ist das dann sozusagen. Eiseneimer MLG machen würde. Sinken oder was? Ne, man badet da drin. Baden in Eisen. Hm, okay. Man badet in Eisen. Klingt komisch. Ist aber so. Wir brauchen einen Wassereimer. Jetzt, warte, hier war doch Wasser. Aber warum viel Wasser? Das wird gar nicht reichen. Das ist ja nur ein Wasser, ne? Und da habe ich es. Gut, reicht aber erstmal für den ersten Eimer. Da machen wir... Ei, wir machen... Wir gehen chronologisch, Leute. Wir machen einen Kohle-Eimer. Bum, 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 bum. Kohle-Eimer. Ja, Elina, du musst live da... Ach, wie der aussieht, Alter. Elina, bist du ready? I'm ready, Bum, Betty. Eww... Aber sieht geil aus. Die Farbe ist cool irgendwie. Ey, wir kriegen Sachen. Schmelzöfen, normale Öfen, Kohle. Ich habe gar nichts bekommen. Hey, du kriegst nix. Ich kriege ja... Doch, natürlich kriegst du was. Bist du, wie siehst du. Aber ich sage jetzt nicht ein. Ja, okay. Schmelzofen ist OP. Schmelzofen ist wirklich eine starke Nummer. Da packe ich direkt mein ganzes Dings rein. Stelzofen ist geil. Stelzofen. Das Ding ist, wir brauchen mehr... Warte mal. Ich mache mal alles zu Eimern hier. Sonst habe ich vier Eimern. Bleib mal hier. Ja. Ich habe jetzt einen Schmelzofen. Und ich hole mal kurz Wasser. Boah, es ist so heftig Nacht, ey. Haben wir Eisen? Oh, Elina macht doch keine Eisensachen. Was hast du denn? Das ist eine Steinspitzhackin, Blinder. Du brauchst eine Brille. Ja, ich weiß, dass ich eine Brille brauche. Und jetzt? Erzähl dir mal Sachen, die ich noch nicht weiß, Elina. Dr. Brille. Dr. Brille. Guck mal, der hat Sand in der Hand. Wie, wir sind ja auch unter... Weißt du das Kugel hier, was du hier machst? Du bist sowieso tot. Oh, Mann. Aber er hat eine Enderbeerle gedroppt. Geil. Nice. Solange Elina weg ist, können wir schnell unseren Eiseneiber craften. Ich hasse dich. Alter, der sieht übelst... Der sieht aus wie... Boah, der Eisengolem, der ist ja voll zerstört. Komm, ich habe ihn. Der sieht aus wie gehackt, ey. Ho. Was droppt der? Eisen. Eisentools. Brot. Äpfel. Kartoffeln. Kartoffeln. Das darf in Deutschland nie fehlen. Äpfel. Okay, das ist, glaube ich, alles, was der Job... Gudi. Also du kannst dir ja... Die Flüssigkeit ist bereit, Elina. Aber wir müssen das mal anders machen. Warte, das ist ja nämlich sehr nervig. Wir machen hier mal so ein Loch. Und da machen wir das rein. Ja, so ist ja viel klüger. Ja, so ist viel klüger. Eine richtige Badewanne. Ja, eine Eisenbadewanne. So sieht es aus. Wir können auch eine Knochenbadewanne machen. Eisentools. Der Job doch Eisenrüstung. Boah. Aber der Job, glaube ich, nur ein Eisenhelm, tatsächlich. Ja, kriegt man auch mal eine Eisenachse oder hast du da keinen Bock drauf? Eine Eisenachse sagst du? Nee. Ich habe ein Stack-Äpfel. Schade. Das Wichtigste, was wir gebraucht hätten. Eine Eisenachse hat er nicht gegönnt. Warte. Ja, ich kann aber eine machen. Also es kann wohl... Wir sind voll ausgerüstet. Tada. So. Volle Lotte. So eine Rewinie erwarten die irgendwie für eine ganz eigene Mission hier gerade ist. Die hat ja das Eisending noch nicht mal gesehen. Warte. In der Zwischenzeit können wir... Ey, wir haben genau richtig viel für... Nein, 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 du Arschgeige. Uff. Wir haben genau schon richtig viel für unseren Goldeimer. Es gibt keinen Goldeimer. Das ist ja eine Mau... Was ist denn der nächste Eimer dann? Das ist ja eine Mauennummer. Das gibt auf jeden Fall Lapis. Ich habe einen Emeraldo. Hä? Hä, du kriegst Dias? Ja. Du kriegst so andere Sachen als ich. Geil. Hä? Nein. Ich habe nicht... Also anscheinend kann man sehr viele Items bekommen. Ja, der Helm, die habe ich auch. Ja, ne. Hä, du kriegst... Wahrscheinlich alles, was man so auf der Overworld kriegen kann. Ja, aber ich habe nicht einen einzigen... Doch, ich habe... Ach nee, ich habe auch 13 Smaragd. Das ist ja voll gelogen. Aber Dias habe ich tatsächlich nicht bekommen. Hast du... Ah, wir können Smaragd-Flüssigkeit machen. Wichtig. Hä? Die gibt es aber safe. Hm, okay. Oh, Lina. Für alles, was jetzt besser ist, deswegen geht das hier auch nicht, brauchen wir ein Milk-Bucket. Für Gold brauchst du Milch und nicht Wasser und für Smaragd. Deswegen können wir das nicht craften. Wer als letztes die Kuh findet, hat Fußpilz. Ja, ich muss das hier abbauen, oder was? Sollen wir mal mitnehmen? Okay, wir brauchen Kühe. Ich habe eh Kühe schon gesehen. Kühe! Oh, nee. Oh, nee. Rücken sie raus, ihre Milch. Boom. Boom. Ich mache nochmal, werden sie sich ja nochmal brauchen. Boom. Okay. Jetzt platzieren wir die Bergbank. Das sind die Mere. Gold ringsherum. Gold Bucket. Ha! Geil, ey. Boom. Sehr, sehr schöne Flüssigkeit, muss ich sagen. Ja, wir gucken, was rauskommt. Es kommt raus. Gold Barren, Gold Äpfel, Gold Helm. Ja, den brauchen wir eigentlich nicht, glaube ich. Gold Barren, Gold Tools, Gold Brust Plot. Nee, ein Gold Tour nehmen wir mal mit. Das kann man, glaube ich, immer gebrauchen. Für, wenn man nicht angegriffen wird von The Big Links. Das ist aber ehrlich gesagt ein bisschen mau hier. Goldene, goldene Karotten. Die stecke ich mir noch in die Tasche. Das Geile ist, wenn du einmal alle wichtigen Sachen so im Inventar hast, dann kannst du einfach drin stehen bleiben und das sammeln von selbst. Ha! Stimmt. Ja, moin, seit ich das gesagt habe, kam nicht eine Sache dazu. Hä, immer noch nicht. Ist das verpackt? 4, 9, 4. Hä, kann man nicht unendlich da drin stehen bleiben? Neu rein. Ah, jetzt geht's wieder. 5, 9, 4. Da haben wir eine goldene Karotte bekommen. Okay, und ein Gold dafür. Perfekt. Äh, goodie. Machen wir direkt weiter mit dem Smaragd, ey. Wir machen jetzt eine ganz schnelle Welle. Ja, ja. Ich muss mich mal irgendwie finden. Ja, bist du in so einer Savanne? Warte mal, ich kann dich, aber ich muss die Flüssigkeit wieder mitnehmen. Äh, warte, warte. Ich komm zurück. Gold. Smaragd. Äh. Kohle. Wir haben Eisen nicht mitgenommen, Elina. Ich hab Eisen. Ach, du hast die Eisenflüssigkeit. Ach so, nee, das nicht. Warte mal, was passiert? Lock mal den Zombie in die Flüssigkeit hier. Zählt das denn auch? Boah, das sieht saukool aus. Kommen Sie her. Ach, der rennt da nicht rein, der ist zu klug. Aber nicht Smaragd. Flüssigkeit. Was kriegen wir? Ist Smaragd. Verzauberte Bücher. Oh, das ist, glaube ich, krass verzauberte Bücher. Was haben wir hier? Gold. Unendlichkeit 10. Mwah, schmecko. Schärfe 10. Totem. Da ist ein Totem drin, Ben. Boah, ich hab Totem. Wie sag ich, ich seh's. Unendlichkeit haben wir schon. Schärfen. Die neue Schärfe. So viel Schärfe brauche ich jetzt auch nicht. Totem. Was kam weg? Das kam weg, glaube ich. Noch ein Totem. Und hier liegt so viel Stuff, ey. Man nervt da nicht rum, ey. Wo kommst du mal her? Das Loch fällt da, wo nix drin ist. Wir brauchen einen Amt. Und dazu brauchen wir Eier. Du weißt doch, wo die Höhle ist, oder? Ja, sicher. Ja, kannst du mal die Eisen. Hast du einen Eimer? Ja, sicher. Kannst du mal die Flüssigkeit holen, bitte? So, was haben wir hier noch? Wir brauchen Unendlichkeit. Ja, okay. Na, Schärfe brauchen wir ja eigentlich auch nur zweimal. Einmal für dich, einmal für mich. Das reicht ja dann auch. Oh mein Gott. Ich hab Villager-Spawn-Eier. Und wenn ich mit den Emeraldinhos, die Villager. Du hast Villager-Spawn-Eier? Ja, ja. Aber die haben keinen Job. Ja, hast du Villager-Spawn-Eier her. Ich wahrscheinlich aus diesen Emeraldos. Ach ja, aus einer Flüssigkeit. Damit man mit denen handeln kann. Ja, Schuh macht Sinn, ja. Wir brauchen die Axt. Da packen wir Schärfe 10. Da brauchen wir 10 Level für, Elina. Wie können wir Level fahren? Mobs killen. Trade. Ja, aber die wollen nicht tradeen mit dir. Doch, ich hab ne leere Karte. Noch ne leere Karte. Noch ne leere Karte. Ich hab drei leere Karten gekauft. Trade jetzt auch Karotten. Starke Lieder. Aber es hat mir fast nichts gebracht. Na warte, wir haben... Nee, 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 warte, warte. Wir haben doch Lapis. Haben wir noch nicht. Ich muss mal finden. Warte, wenn wir die Lapis-Flüssigkeit haben, dann kriegen wir doch safe Erfahrungspunkte raus. Oder? Und dann kannst du, weißt du? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Okay. Okay, ich hab ne Höhle. Hab ich ein Wasser einmal? Ein Wasser einmal? Ein Wasser. So, wir brauchen... Kannst du mal das Wasser da hinten lassen? Wollt ihr auch noch landen? Wir sind ein Dungeon. Äh, ja. Da. Du Arsch, ey. Du Arsch. Ich hab dich mal gestorben. Hier ist ein Dungeon. Hier können wir doch farm. Level? Ja, weil Lapis brauchen wir ja... Also, ja, können wir machen. Aber Lapis brauchen wir ja so oder so. Battle. Treue 3. Lapis! Stark. Hab sowas von nichts gefunden, ey. Ey, ich hab noch einen Spawner. Wie kann man denn zwei Spawner finden? Das ist so selten. Wie viel brauchen wir? Ach, der hat sein Kollege umgebracht. Äh, vier. Also, nicht vier. Vier Lapis. Redstone. Ich hab Redstone. Das brauchen wir, glaub ich, auch direkt. Ich hab 29. Praktisch. Vier Redstone. Genau das, was wir brauchen. Och. Eimer können wir auch, denk ich mal, hier immer gebrauchen in der Geschichte. Okay, warte. Mach ich aber... Oh, Leute. Ich bin an Lapis vorbeigelatscht, als ich Never Dig Straight Down gemacht hab. Schade. Passiert dem Besten. Macht man jetzt Lapis mit Wasser oder mit Milch? Ah, mit Wasser. Praktisch. Weil ich hab auch gar nicht mehr so viel Milch. So, nächste Flüssigkeit im Bunde. Lapis. Ho, die sieht cool aus. Wir hoffen auf XP-Bordels. Lapis. Oh, das verzaubert deine Rüstung, Ben. Und dein Schild. Oh, ja. Das verzaubert nach und nach. Und XP-Flaschen haben wir auch. Alles, was wir brauchen, Idina. Wie viel sind denn das? Alles, was das Herz begehrt. Hier, ich hab so viel Toten. Da haben sie jetzt auch mal einen Toten-Harm, ey. Ich hab schon eins. So, warte. Jetzt kann ich hier. Axt. Schärfe. Boah, ich hab ne Schärfe. 10 Axt. Die hat 14,5 Damage. Das heißt, mit dem Crit machst du 28 Schaden. Haben wir vier Diamanten eigentlich? Ich hab sieben. Okay, nice. Dann lass Diamantflüssigkeit als nächstes machen. Dann können wir uns nämlich mit Diamantflüssigkeit da reinstellen. Nein, ich hätte ne Diamantachs machen sollen. Egal. Ah, das war doof eigentlich. Geht das mit Wasser? Das geht ja safe mit Milch, oder? Nee, auch mit Wasser. Okay. 11. Machen wir so ein Paradies, Idina. Boah, die Diamantflüssigkeit sieht übel nice aus. Wir gehen rein. Oh! Alter, okay. Das ist nach meinem Geschmack. Obsidianski. Ja, das ist nach meinem Geschmack. Wir brauchen 10 Level. Oh, hier kommen auch Diamanten raus. Ach ja, wir brauchen ja Diamanten. Deswegen bin ich ja auch, ob das da reingegangen ist. Ich will vergessen. So, wir machen hier ne Diamantachs. Und ballern da jetzt nochmal Schärfe. 10 drauf. Boom. Meine Maus wieder. Perfekt. Meine Maus setzt manchmal aus, ey. Oh, Diamant. Die Maus setzt aus. Jetzt gehe ich ins Lapis und verzauberte zusätzlich das noch mit Haltbarkeit oder so. Kriege ich mal Haltbarkeit drauf. Ich habe sechs Dias. Okay, der hat den Helm verzaubert. Was ist da Affinität? Oh, Bann. Der Mist ist ja Gliederfüße. Die Frage ist, deckt sich das unendlich hoch? Also, wenn ich jetzt hier ne Stunde drin chillen würde, hätte ich dann voll die... Du kannst die Eisenachst hier mal nehmen. Die ist sehr OP, Idina. Als nächstes Redstone. Das habe ich ja zufällig gefunden. Das war ne nice. Oh, Milch habe ich nicht geraten. Oh mein Gott. Krank, ne? Warte. Du solltest Lotto spielen. Braucht kein Lotto, ey. Redstone. Boah, das sieht voll cool aus. Geh du mal rein. Da ist hier so viel Müll. Da ist echt mega viel Müll. Pfeile. Oh, ich muss erst mal sortieren. Das muss mal alles weg hier, ohne Witz. So. Und das auch. Federfall. Flamme. Boah, ich mache hier so einen OP-Bogen, Idina. Präparatur. Warte mal, wie ist denn das? Wenn ich das jetzt in die Offentur repariert, der sich doch irgendwie, oder? Äh, was? Hier kriegt man irgendwie fast nur Pfeile raus. Ach nee, umgekehrt. Ich brauche jetzt was anderes. Das muss, also, das kann ich in die Hand nehmen und was anderes. Und dann wird das repariert, ne? So, wir nehmen den Bogen. Zack, packen da Flamme drauf. Und packen da noch Unendlichkeit drauf. Ach, Unendlichkeit ist schon drauf. Oh, ja, perfekt. Cool. Ich habe so einen heftigen Bogen, Idina. Guck mal. Oh, Alter. Das war Teamwork. Idina will, oh nein. Ist er tot? Er ist so rip, ey. Müssen die einen Grab machen, Idina. Ja, mach nicht. Wir brauchen die Poppy. Hast du die Poppy? Ich habe die Poppy, die kann man nur auf Erde platzieren. Ach so, verdammt. Ich habe keine Erde. Ich habe Erde. Hast du gerippt. Hier. Und jetzt, äh, hier. Hier liegt Ivan. Rakitic. Das ist ein Fußballer. Junge, nervt doch nicht. Ich habe Schärfe 10, Alter. Was ist euer Problem? So, äh, genau. Ja, wir brauchen ein Obsidian-Portal, um dir das letzte Erz auch, äh, uns zu organisieren. Nämlich, Quartz. Wir haben aber nur 5. 1, 2. Ich habe, boah, nichts. Ja, 5 reicht auf jeden Fall nicht, Idina. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe ein Obsidian. Wo kam Obsidian her? Ey, da kommen irgendwelche Special-Pfeile raus, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, Spektral-Pfeile. Ich habe 3 Obsidian jetzt bekommen. Diamant. 4? Oh mein Gott. Reicht nicht. Wo kriegt man das? Bei Diamant? Ja. Zack. Ups. Stabil-Event. Haha. Versiert dem Besten. Zack. Zack, 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 zack. Jo, hä, die sind da mitgekommen. Quartz. Achso, ich habe Behutsamkeit wahrscheinlich, ne? Scheiße, Idina, du musst die abbauen. Ich habe Behutsamkeit. Okay, Worte. Komm her, Kollege. Boom. Oh, oh. Ähm. Was, M? Kommen die hier hoch? Ich habe einen Quarz. Ich feite hier gerade. Ich muss dich doch mit Schärfe 10 One-Hit, oder? Ich one-hit dir die nicht. Quarz-Eimer. So. Ah, die haben wir ja schon vorbereitet. Boom. Ey, sieht hässlich aus. Naja. Sieht ein bisschen aus wie... Tränke. Schnelligkeit 3. Oha. Lava-Eimer. TNT. TNT. Das ist halt eine OP-Potion, eine Schnelligkeit 3. Oha, was will dieses Killett hier? Ich weiß, wie stark Schnelligkeit 3 ist. Wo ist mein Schild? In deiner Hand? Ja, ich habe es ja gerade auch reingelegt. Boom. Das sind alle... Sie... Ey! Das geht? Ich wusste gar nicht, dass Creepersportal kaputt springen können. Scheinbar. Das waren alle 7 Flüssigkeiten in Minecraft. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wenn ja, abonniert auf jeden Fall auch den Kanal, um nichts zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.